True Crime, für die meisten Leute vielleicht ein Begriff aus Filmen, Serien und Büchern. Und ja, damit ist es auch mehr oder weniger am populärsten geworden. Denn sowohl True Crime, Bücher, als auch Serien, als auch Filme, ist einfach die Darstellung eines echten Verbrechens, was in unserer Welt passiert ist. Gerade durch die Netflix-Serie Dharma wird wahrscheinlich da jeder mal was von gehört haben. Und ja, es ist tatsächlich auch eine sehr, sehr angesehene Serien-Film-Genre-Richtung. Als ich jetzt gehört habe, dass von Dharma quasi eine zweite Staffel kommen soll, war ich erst mal verwirrt, habe aber dann Gott sei Dank auch schnell realisiert oder schnell wurde mir gezeigt, nein, 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 sie wollen nicht Dharma eine Staffel 2 machen, sie wollen aus dem Ganzen ein Franchise machen. Und somit entstand dann die Serie Monsters. Und zwar als Überbegriff Monsters, einmal Dharma. Ja, und die zweite Staffel von Monsters bekommt den Titel Monsters, die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Worum es in der Serie geht, was meine Meinung zu der Serie ist und allgemein meine Meinung zu True Crime, das gibt es in diesem Video. Also bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... So, bevor wir in das Video starten, sei an der Stelle natürlich gesagt, ich rede hier über die Serie. Dementsprechend kann es auch zu Spoilern kommen. Aber Spoiler-Leute für die Spoiler-Leute, wer sich mit diesem Verbrechen in unserer realen Welt befasst hat, naja, der wird nicht wirklich viel schockierende Momente erleben, sagen wir es mal so. Aber grundlegend gehe ich sowieso darauf ein, was ich von dieser Serie halte oder allgemein von diesem Genre, was sich da Netflix gerade so aufbaut. Ja, die Menendez-Brüder, Eric und Lyle Menendez, sind quasi dafür bekannt geworden und sitzen auch derzeit immer noch im Gefängnis dafür, dass sie ihre Eltern umgebracht haben. Ja, und genau darum dreht sich diese Serie. Ähnlich aufgebaut wie Dama bekommen wir hier quasi erstmal so einen kleinen Einstieg, der uns dann bis hin zu diesem Verbrechen führt und dann bringen wir langsam aber sicher die Hintergründe, warum haben sie das gemacht, was steckt alles dahinter und warum wurde so gehandelt, wie gehandelt wurde. Erstmal aufs Optische eingegangen, die Besetzung von allen Charakteren, die da gecastet wurden und die wirklich einen großen Auftritt bekommen haben, war Hammer. Ähnlich wie bei Dama wurden hier die Rollen super, super gut besetzt. Man achtet ja hier spezifisch wirklich darauf, Schauspieler zu nehmen, die wirklich den reellen Personen ziemlich ähnlich sehen. Einzige, wo ich sage, wo es ein bisschen aus dem Ruder getanzt ist, sage ich mal, finde ich es ein bisschen bei Lyle Menendez. Der sieht nicht ganz so aus wie in echt, aber bei den anderen ist es wirklich super, super gut gemacht. Selbst die fucking Anwältin sieht quasi eins zu eins aus, wie aus Real Life gecopy-pasted. Auch interessanterweise der Brutalitätsgrad wurde hier nicht, da wurde nicht dran gespart. Wir bekommen hier Bilder, die so unzensiert und krass dargestellt sind. Es ist wirklich erfrischend, muss ich sagen, weil ich bin echt Fan davon, dass man einfach mal sagt, man macht ein bisschen weniger mit diesem weichen Watte-Dingern, sondern gibt mal richtig und sagt, okay, wenn ich jemandem zeige, wie er jemanden erschießt, dann darf man das auch sehen. Es ist eine Serie, man muss halt dann sagen, dass es ab 18 ist und dass es dann halt weniger Geld einbringt und deswegen die Industrie das nicht mehr macht. Das ist ein anderes Thema, ich schweife hier aus. Auf jeden Fall auch der Aufbau dieser Serie einfach mega geil. Ich glaube, sie hat neun Folgen, acht oder neun oder zehn Folgen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe sie auf jeden Fall an einem Sonntag durchgeguckt und es ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Es gibt wenig Momente, wo ich sage, das war eine zäh, lange Folge. Und selbst die zähste Folge muss man einfach mal fucking erwähnen. Es gibt eine Folge, ich glaube, das ist Folge fünf oder sechs. Da kommt Eric Menendez, sitzt im Gefängnis in einem Raum und da kommt die Anwältin rein. Und die Folge geht genauso lang wie alle anderen Folgen auch. Und hier bekommen wir einen riesigen One-Take. Ich gehe stark davon aus, dass es ein One-Take ist. Ich habe nirgendwo einen Schnitt gesehen. Und man muss hier sagen, an den Schauspieler von Eric Menendez und an die Schauspielerin seiner Anwältin, fette Props. Das ist das, so krass in einem One-Take hinzubekommen, ist einfach heftig. Die ganze Zeit am Stück zu reden und das alles. Wir bekommen im Prinzip diese eine Szene. Die Kamera fängt hinten an und zoomt die ganzen, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, auf das Gesicht von Eric Menendez. Wir bekommen nicht mehr und auch nicht weniger. Ein riesen One-Take, eine riesige, langsame Kamerafahrt, was ich erst gar nicht realisiert habe. Und am Ende dachte ich wirklich so, wow, war das gerade wirklich das, was ich dachte? Sich sowas zu trauen, heutzutage in der Serie, mit der Aufmerksamkeitsspanne der Menschen heutzutage. Hammer. Und ich muss auch sagen, ja, ich fand es auch ziemlich schwer, diese Folge zu gucken. Ich fand es aber im Nachhinein wirklich krass, dass sie sowas gemacht haben und dass es auch so gut umgesetzt wurde. Also gut gemacht von den Schauspielern halt. Einfach Hammer. Aber auch inhaltlich bekommen wir in jeder Folge quasi ein bisschen was anderes erzählt. In der einen Folge kriegen wir einfach erzählt, wie die Sicht aus der Vergangenheit mehr oder weniger von Eric und Lyle war. In der nächsten kriegen wir die Sicht der Eltern. In der nächsten bekommen wir die Sicht von, was weiß ich, Verwandten. Es ist super gut aufgesplittet. Man hat ganz, ganz viel Informationen in einer Folge immer. Und trotzdem wird einem nicht alles verraten. Wenn man sich gerade wie ich zum Beispiel gar nicht mit diesem Fall auseinandergesetzt hat, war man am Ende dann auch sogar überrascht, dass sich im Prinzip nie herausgestellt hat, was wirklich jetzt der Fall war. und wie für beide quasi das Verfahren enden sollte. Denn Spoiler Alert, ihre Ausrede, beziehungsweise was heißt Ausrede, ihre Aussage, warum sie ihre Eltern getötet war, war einfach sexueller Missbrauch im Kindesalter und verschieden, also auch noch später im Erwachsenenalter von ihrem Vater und einem quasi nicht agieren der Mutter. Das war der Grund. Sie hatten panische Angst, dass sie, da sie es wussten und da sie das hätten ausplaudern können, dass die Eltern sie töten wollten. Deswegen haben sie quasi zuerst geschossen. Ja und im Gericht wurde das genauso vorgetragen, aber das Gericht hat gesagt, nee, es gibt nicht genug Beweise dafür und es gibt mehr Beweise, dass ihr euch das ausgedacht habt. Dementsprechend haben beide bis jetzt, wohl in der Serie, als auch halt in Real Life logischerweise, lebenslängliche Haft, ohne frühzeitige Entlassungen auf Bewährung. Die sitzen halt beide immer noch. Und ich bin ehrlich, natürlich weiß man mittlerweile immer noch nicht, was ist jetzt wirklich der Fall. Am Ende des Tages wissen nur die zwei, was wirklich passiert ist, weil sonst keiner dabei war. Aber ich finde es faszinierend, dass das Anfang der Serie so dargestellt wird, dass man wirklich mit Lyle und Eric Menendez mitfühlt. Man denkt sich so, yo, ich verstehe voll, warum die das gemacht haben. Dann kommt eine Folge, wo man da so hängt, Moment mal, haben die sich das echt nur ausgedacht? Und am Ende sitzt du da und denkst dir so, ich weiß gar nichts mehr. Und ich finde, das ist super, super cool. Ich muss sagen, allgemein, dieses True Crime ist eine mega geile Sache. Ich habe es bei Dharma gefeiert, ich habe es hierbei gefeiert. Allgemein finde ich, True Crime ist super, super cool. Selbst wenn man sich mit diesem True Crime, also mit der echten Tat auseinandersetzt, finde ich, es ist einfach geil, wenn sie das in der Serie umsetzen, weil man halt einfach viele Dinge, zum Beispiel aus Berichten oder Aussagen, nur hört. Und hier wird es halt einfach wirklich umgesetzt. Macht das Ganze nochmal viel greifbarer und man hat dann viel mehr Verständnis oder Unverständnis für halt die Charaktere. Und es ist einfach, ich finde es mega, mega geil. Am Ende des Tages muss man wirklich sagen, ich saß da und habe erst gedacht, oh mein Gott, ich sympathisiere hier gerade mit zwei Verbrechern. Dann war ich mir aber irgendwann auch nicht mehr sicher und am Ende saß ich da und dachte, ich weiß wirklich weder vor noch zurück. Die zwei wissen es am besten, aber für mich wirkt es zum Beispiel so, dass sie ungerechtfertigt da sitzen. Ich will jetzt keine großartige Diskussion über Moral und Ethik ins Leben rufen und auch jetzt nicht in den Kommentaren, hier 20.000 Leute sehen, die sagen, hey, die sind zu Recht, sitzen die so lange und die anderen sagen, nein, die sitzen nicht. Das soll gar nicht Thema sein. Ich möchte nur damit sagen, dass ich es krass finde, auch mal zu zeigen, dass solche Psycho, sagen wir mal, psychopathischen Killer, auch Jeffrey Dahmer, im Prinzip nie so einfach waren, weil sie einfach Bock drauf hatten, sondern wirklich da auch kindheitliche Probleme drin waren, dass es da irgendwo einen Auslöser gab, der da dazu geführt hat, dass es sich halt so entwickelt hat. Natürlich gibt es da auch andere Fälle, es gibt auch einfach Fälle, wo jemand einfach nur durchdreht und einfach nur Leute töten will. Aber auch das finde ich tatsächlich geil umzusetzen und ich habe nach dem Beenden der Serie da gesessen und dachte, okay, wenn sie daraus jetzt ein Franchise machen mit der Überschrift Monsters und da gibt es dann verschiedene Storys zu, zu verschiedenen True Crime Fällen, das könnte super, super cool werden und sich ewig lang ziehen, denn wir müssen leider natürlich sagen, wir leben in einer kranken Welt. Es gibt ultimativ viele psychopathische, soziopathische Massenmörder, Serienmörder und Allgemeinmörder und die Geschichten von denen, ob man sie jetzt damit besser darstellt oder nicht, sei mal dahingestellt, das hat auch seine Vor- und Nachteile, keine Frage, aber das einfach zu zeigen, wie das passiert ist, man hat es doch schon in super vielen Filmen gemacht, es gab ja zum Beispiel einen Jeffrey Dahmer-Film, es gab auch einen Film über hier diesen, ich habe leider seinen Namen vergessen, der Typ, der da den Clown da, sich als Clown verkleidet und die Leute getötet hat. Das in der Serie und allgemein auch so Sachen, die vielleicht auch bis heute gar nicht aufgedeckt wurden, Jack the Ripper, fände ich cool, natürlich gibt es da keinen hundertprozentigen, also kein Ende, aber ja, dann macht man es in der Serie halt auch ein offenes Ende. So what? Einfach mal ein bisschen was raushauen, ein bisschen sich mehr trauen und vor allem, finde ich, bringt das super viel Abwechslung. Ja, normalerweise sagt man, okay, mit Serien und Filmen möchte man der Realität entrinnen und möchte in eine Welt gebracht werden, die nicht so kaputt ist wie seine eigene. Ne? Ist ja logisch. Aber nichtsdestotrotz, wenn die kreativen Gehirnzellen von manchen Produzenten nicht mehr so funktionieren wie damals, kann man leider mal sagen, dann nimmt man halt das, was da ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, sowohl der Fall Jeffrey Dahmer als auch der Fall die Menendez Brothers, beides ist quasi ein Drehbuch. Es ist ein fertig geschriebenes Drehbuch für eine Serie oder einen Film. Man muss sich da nicht viel ausdenken. Man hat Skripte von mitgeschriebenen Sachen in Prozessen. Man hat die Information und muss sie einfach nur schön verarbeiten und auf die Leinwand bringen. Und ich finde, das wurde hiermit gemacht. Bevor ich jetzt aber auch nur Positives zu der Serie sage, weil ich sie wirklich, wirklich gut fand, muss ich natürlich auch sagen, es gibt viele Dinge, die einfach in der Serie dargestellt wurden, die aber in der echten Welt in diesem Fall nicht so waren. Einige Dinge davon sogar. Und das finde ich dann wieder schwierig, weil man sagt, okay, man packt zum Beispiel rein, dass anscheinend wird, also in der Serie wird es so dargestellt, dass die Brüder untereinander irgendwie eine erotische Beziehung zueinander hätten, wird so zwei, dreimal angedeutet. Das war aber im Echten nie so. Zumindest nicht einfach nachweislich so. Und das ist dann zum Beispiel, finde ich, ein bisschen schwierig, das dann reinzubringen. Allgemein Sachen, die nicht wirklich so waren, sich einfach dazu zu erfinden, finde ich nicht so cool. Aber wenn es der Story irgendwie gut tut, dann muss es aber auch irgendwie gekennzeichnet sein. Dann muss es am Ende irgendwo stehen, dass so und so ein paar Szenen einfach der Story halber hinzugefügt wurden, damit es einfach runterwirkt vielleicht. Und natürlich auch das Argument, was viele Leute bringen, was ich absolut verstehe, dass True Crime im Prinzip kriminelle, bösen Menschen eine positive Aura quasi gibt, dass man mit einem positiveren Blick auf die sieht, dass das ein sehr kritischer Fall ist. Ja, das sehe ich tatsächlich auch. Man muss aber trotzdem differenzieren. Es ist ja einfach ein Fall, der in der echten Welt passiert ist. Und ich weiß, wenn Lyle und Eric Menendez hinter Gittern sitzen, weiß ich, in dem Fall, sie hätten es wirklich mit boswilliger Absicht getan, um an Geld zu kommen, dann weiß ich, dass es verdient. Wenn sich jetzt aber herausstellt, dass es doch so war, wie sie gesagt haben und sie im Prinzip aus Notwehr gehandelt haben, sagen wir es einfach mal, dann hat mir die Serie nichts genommen oder nichts gegeben, sondern einfach, okay, sie sitzen zu Unrecht und wenn sie jetzt freigelassen werden, dann sind sie zu Recht freigelassen worden. Die Serie ändert ja nicht das Gesicht von den Leuten. Natürlich kriegen sie von vielen Seiten gewiss jetzt mehr Aufmerksamkeit, als man geben sollte, aber am Ende finde ich, man kann es einfach als Serie super gut umsetzen, solche Fälle. Und da bin ich absoluter Fan von. Natürlich war das hier jetzt nochmal ein anderes Beispiel als zum Beispiel bei Jeffrey Dahmer, weil der Typ halt einfach tot ist. Da kann man ja einfach mal drüber reden. Bei den zwei ist es halt nochmal was anderes. Die kriegen das ja auch aktiv gerade mit. Die wissen ja, was gerade in der Welt passiert und vielleicht, und sehen wir mal böse an sich, vielleicht haben sie es wirklich böswillig gemacht. Die Serie bringt das Ganze nochmal auf und es gibt viel mehr Leute, die sich damit befassen und es kommt heraus, dass sie dann doch freigelassen werden, obwohl sie vielleicht doch böse waren. Aber bis das passiert, sind da einige Gerichtsverfahren zwischen und ich denke nicht, dass eine Serie auf Netflix dazu hilft, Mörder, wenn sie wirklich für schuldig sitzen, freizulassen. Glaube ich nicht. Ganz stumpf betrachtet als Serienfilm-Junkie gebe ich dieser Serie eine 9 von 10. Es ist eine super gute Serie zum Gucken. Es gibt, wie gesagt, wenig, was langweilig ist. Alles, was optisch gut gemacht wurde an Special Effects wurde super gemacht. Die Besetzung ist geil. Das Drehbuch, was halt da vorgegeben schon war, mehr oder weniger, ist geil. die akkurate Umsetzung zum Realfall. Ich liebe es und ich kann sie einfach nur Leuten empfehlen, die halt auch gerne auf blutige True-Crime-Sachen stehen. Wenn man natürlich jetzt sagt, man ist nicht so der Fan davon, dass wirklich reelle Dinge ihm sein Leben gezogen werden, die nicht so schön sind, dann sollte man sich vielleicht überlegen. Aber an und für sich kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr Netflix habt, die Serie noch nicht gesehen habt, gebt ihr eine Chance. Es ist einfach wirklich eine coole Serie, muss man einfach sagen. Sie bekommt zwar hier von vielen Seiten echt viel Kritik ab, kann ich nicht verstehen, also nicht hundertprozentig verstehen, teilweise schon. Aber an und für sich finde ich die Serie so wie sie umgesetzt wurde echt ziemlich nice und deswegen geht ihr auch meine Empfehlung rauf. Kurz und knapp kann ich auch sagen, ähnliches war bei Dama. Ich hätte Dama auch da vielleicht eine 8 von 10 gegeben, weil ich muss sagen, das Ende, die letzten 2, 3 Folgen waren wirklich sehr, sehr zäh. Gut, kann man jetzt so sehen, wie man will. Aber auch da würde ich sagen, guckt euch die Serie an. Wenn euer Magen das verträgt und wenn euer Gewissens verträgt, naja, Leute zu sehen, die abstechen und abgestochen wurden und und und, dann guckt euch sowas an. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das geht ja auch nicht an die Leute, die sowas nicht sehen, sondern die Leute, die sowas gucken wollen. Deswegen meine Empfehlung und meine Hoffnung auf dieses ganze Franchise, was den Übertitel trägt, Monsters. Bitte, bitte, also Netflix, Leute, falls ihr das hier seht, macht wirklich mehr davon. Gebt Leuten mehr von solchem Scheiß. Einfach True Crime Verbrechen, sie sind doch da. Nehmt doch einfach das Gegebene und macht da einen wunderschönen Film oder eine wunderschöne Serie raus. Das war mein Wort zum Sonntag. So, jetzt bin ich auch am Ende von diesem Video angekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung zu der Serie, falls ihr sie gesehen habt und auch gerne dann eure Meinung zu meiner Kritik. Vielleicht seht ihr manche Dinge anders, vielleicht seht ihr manche Dinge ähnlich. Ab damit in die Kommentare. Ich werde euch jetzt hier noch zwei Videos weiter verlinken. Checkt sie gerne mal aus, sind zu den unterschiedlichsten Themen, sind aber ein guter Einblick auf diesen Kanal. Wenn euch der Kanal nämlich dann gefällt, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin, bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.